Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend. Ich sitze hier auf einer Mauer und es wird dunkel. Und das sieht man auch, hoffe ich. Ich zeige euch mal, dass es dunkel wird. Da brennt schon eine Laterne. Ja, es wird ziemlich dunkel. Auch in Manuel am Abend. Und deswegen werde ich jetzt weitergehen. Und mein Hund wartet auch schon. Bespannt aufs Weitergehen. Laufen wir mal schnell mit. Naja, das war mein Hund. Und Manuel am Abend, Freunde. Es geht weiter mit Manuel am Abend. Mit den neuen Folgen hier bei uns. Morgen wieder, ab 19 Uhr. Bis dahin und tschüss. Da da da. Oh no. Ciao. 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 Ciao.